Mein hier, der Charmer hat vor ner Decke wächst. Länger wie deins war. Musst du immer hängende Leichen pieksen? Natürlich. Was haben die Leichen getan? Nix, aber die haben Geld dabei. Und darum musst du die ärgern? Ja, na klar. Nehme jeden aus, bis auf den letzten Cent. Hab mal küsst. Er weiß es am besten. Schöre Geräusche. Ich nicht so toll finde. Galoppels. Galoppel kommt. Oh ja, da ist er. Galoppelchen kommt. Oh, da Galoppelchen hat noch Freunde mitgebracht. Aua. Mal do'n ich sowas. Aua, galoppelchen. Mal do'n ich sowas. Auch. galoppe liegt war wer trifft mich denn jedes mal ständig so derbe okay ich mach mal ein feuerchen ich will ein stück galoppel warum deckst du dein antlitz wie wieso war was meinst du trägst sie ich fand denke doch verstecke doch gar nichts verdecke noch gar nichts ein stück galoppel oder meinst du jetzt weil ihr licht aus ist jetzt weiß ich was das war was sind auf die karte warte ja okay ich sehe es aber dieses wo waren jetzt sogar noch ich bin ich habe gar noch nicht auseinander genommen vorne wenn du von dir aus links gleich gleich noch wegen den knochen auch ganz dringend noch hin ich habe rüstung voll einstecken 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 meine rüstung ist so so leer wie es nur geht solange sie nicht die leichen in ihren keller hängt die köpfe abschneidet und verkauft ist alles gut machst du sowas nein niemals wir werden uns erst wieder rechts oder denke ich muss erst mal zu euch kommen so hatte ich bei jesus jetzt alles eingesammelt ja das ist ein dunkles outfit oh warte mal hier oben geht es ein seil nach unten man sieht dich kaum ja weil vorhin halt noch hell draußen war und ich das licht nicht an hatte und ich kann natürlich auch licht an machen wenn du unbedingt diesen schönen anblick genießen möchtest ich schon den stream genau so sieht das oder genau so sah das aus ja richtig wollte euch nur dieses grauen hier ersparen ich hab das nämlich alles schon aufgedeckt oder so was denn hier los alter was übrig ihr geier ihr gierigen essen ist gut medizin ist auch gut kann ich jetzt sehr gut gebrauchen alter uhren guck dir das an ich bin voll mit uhren alles klar zack 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 alle huel bombe zack Money zack sack im bonwin das ist eine stimmung die her wie man die uhren uhren hinter den ganzen bomben fast gar nicht mehr so gemacht okay ich bin okay ich bin voll mit uhren doch geht immer alle wohl sowieso ja siehst du aus in einer gangster kluft das katana leute ja was sechs was wir hier in hand haben geld macht aber nicht wirklich schaden der tobi will auch geld oder so ein katana irgendwas von beiden will auch tobi mein lieber du kannst ja das haben wollen aber nicht alles kriegen ich kenne mich mit dieser problematik nämlich sehr gut aus ich möchte auch immer alles haben aber kriege nicht alles was total unfair ist trinken trinken nachkommen da gönne ich mir doch mal eine cola und alle taschen schlampe geil oder wir mal wieder sehr geil mit taschen schlug ist er schreibt katana haben will wie es aussieht macht in dieser aufnahme odin den führer das ist immer unser führer vertrauen sie ihm hier oben jetzt nicht weiter jetzt nicht weiter ich glaube wir können hier nur wieder so zurück woher kommt er in den weg habe ich gerade gesucht hier alles klar immer schön die kopfscheine ziehen ganz und gar nicht mein musikstil was sagst du ganz und gar nicht mein musikstil das ist ja egal wenn mich das interessiert wessen musikstil was gibt es denn hier schon jetzt machen wir platz alter bilder 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 und spielzeug nein und stoff und lauter schädel und noch mehr stoff und ein seil nach oben und ansonsten ein weg nur wo mehr hin ja dann auf jeden und der tobi der tobi schreibt hoch lebe odin ganz schön weit nach da oben geht's doch wieder raus das wäre denkbar ich sehe licht oh ja es geht tatsächlich nach draußen gut dass alu vorgeht na moin ist ja auch schon ein besuch guten tag na du spring ins feld oh entschuldige wollte ich nicht anstechen machen wir uns jetzt wirklich über die deutsche geschichte lustig nein nein das ist ein das sind seriöse streams das ist ja auch durch geht ja ruckzuck hier okay zu der großen blauen noch mal gehen da in der nähe war das loch da gab es auch noch mal eine hülle stimmt das stimmt das stimmt du hast recht bei den zelten nämlich ne ja ja sind unter anderem hier wird spaß mutti alles klar viel spaß mit deinem fast wie neuen handy hat es gut meine liebe schön dass du reingeschaut hast habe noch einen schönen abend und fall ist und fall ist und lass es nicht wieder runterfallen mutti meise nicht wieder weg das so aus als wäre hier eine höhle ne hier wird spaß ganz klein geschrieben immer was was ist denn spaß als wenn wir spaß hätten hallo komm mal da hin bibelstunde jeden freitag um 18 30 und sonntag um 10 uhr was sonntags so früh aufstehen mit spaß verbiete ich mir ich höre sie schon wieder naschen hier was kostenloses essen und trinken in einem da kann ich doch nicht nein sagen stoff stoff ganz schön geiler stoff junge richtig harter krasser stoff hier siehst du genau ich habe ja noch den frisch ist ja noch gut leistet er ist tot die neuen mit hast du etwa den frühstücksfisch vergessen ja habe ich kann schon mal passieren ich bin halt eine alte frau da vergisst man sowas schon ist das habe ich gesehen ja nicht eingesteckt februar hier in diesem stream niemals ohne hölle bibelstunde ne danke ich bin unbiblischer als unbiblisch das geht ja gar nicht schlimmer höllchen ist das maximum an atheismus was es gibt wo war denn diese höhle die war irgendwo bei zelten hier sind sie nicht ich glaube die sind auf der anderen seite vom loch der friert die hölle zu richtig dafür dass noch extra theologie in der abendschule besucht videobeweis gesundheit gesundheit und ich habe jetzt videobeweis ja ich versuche gerade einen praktikumsplatz zu bekommen das ist echt zum kotzen in manchen branchen ist halt echt schwierig an ein scheiß fucking praktikum zu kommen wo denn ich versuche gerade in tierpflege und imkerei naja ja sie ist antichristin schlechthin woher weiß der tobi so viel über dich ja das weiß ich auch nicht das macht mir angst meine ausdauer ist im arsch da gehörts aber nicht hin ja das wissen wir ja aber sie ist trotzdem da ich kann es ja nicht ändern dann musst du mal was dagegen tun ja was denn eins höhle ja gefunden tschüss nein und die falsche taste drückt tschüss keine sorge ich höre nur zu du bist er hört nur im stream richtig zu ach so leute geht hier ganz schön tief runter ich möchte das nur gesagt haben wie die schädel hier schon wieder rumlegen was geht hier noch weiter runter geht es noch irgendwo anders hin da Maxin ist wagemudig den vornehmen und unheimlich heiligen LMA-Region ja wie weit geht es denn hier noch runter ganz ganz tief wir steigen jetzt hinab in Maxins in Maxins Abgründe ein Problem ja ich befürchte fast wir müssen hier tauchen das ist eine Tauchhöhle das ist aber nicht so geil wir sitzen uns da noch mit nee tauchen möchte ich hier jetzt auch nicht es gab einen Durchgang der relativ kurz ist unter der Oberfläche aber hier da hinten da hinten ist Licht ich glaube auch da muss man durch da wo das Ding hinscheint die Frage ist halt wie lange muss man da tauchen bis man durchkommt ich versuche mal kurz okay das ist ein kurzes Stück ich bin drüben hier sind Babys das macht mir Angst also einfach dem Lichtstrahl folgen und dann relativ schnell wieder nach oben ziehen also es ist ein ganz kurzes Stück nur ja Maxin ist auch da und Alu auch nach oben ziehen und dann ist Party warte mal können wir da unten warte mal ich da mal ein bisschen Party runter machen warte mal das Flying Baby mir ist so kalt ich kriege Aua weh oh Maxin nimmt eine Abkürzung nach unten also eher so den Fliegt jetzt Benzin durch die Gegend war hier nicht gerade ah nee das war kein Feuerchen ich baue mal kurz ein Lagerfeuerchen ja wär nötig nämlich arschkalt gerade okay da ist ein Zelt aber liegt das gerade richtig dass es hier gar nicht großartig weitergeht ja eigentlich gar keine schlechte Idee ich speichere mal eben speichern ist immer gut cool ist er updated ah die tote Höhle haben wir und die mit den hängenden haben wir Explore Ledge Cave die Abgrundhöhle okay ah ja jetzt sind wir auf einem etwas anderen Teil der Möps natur oh ja durchquetschen wie geil meine Hand guck mich an ach unsere Loch again jetzt etwas weiter unten glaube ich als vorhin ja ich bin voll mit alledem warte mal aber tabletten kann ich bei einer einschmeißen den alkohol ja habe ich voll machen die sticks beim baum und dynamit und all sowas foto von dem baum schöne foto bin abohol